moin moin und willkommen zurück hier auf meinem kanal und wenn ihr beim letzten mal dabei war dann wisst ihr wir spielen super mario party und spielen den fahrt der prüfung im expertenmodus dieses spiel hier hat mich zu weißt du getrieben beim letzten mal sollte man nur das gegnerische team besiegen diesmal darf man nicht mal getroffen werden mich fand schwierig habe ein paar probiert es klappt ja irgendwie nicht und wir wollen es noch mal weiter los geht's muss eigentlich nur sinn zu laufen das kann gut werden ich habe glück fünf sekunden aushalten und gewonnen auch leute ich teste es und es klappt beim ersten mal wie wahnsinnig cool ist das denn gut das tischdecken ziehen fehlt uns auch noch aber das reißen das wird glaube ich meine nerven jetzt nicht gut werden so bomben gegner besiegen sind wir zur dritte sätze alleine okay ich mache anseite gut man ist das war ja nicht so schwer da mit klein joshi so nächstes spiel wo wir hier rauskommen aus der reserve müssen wir leider natürlich das tischdecken ziehen noch machen da habe ich überhaupt keine lust zu aber da kommen wir glaube ich nicht drum rum okay okay oh verdammt gegen drei leute soll man antreten das ist doch nicht normal das müssen wir noch mal probieren okay ich versuche mal nein zurück 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 okay drei zwei eins los alter schwede puh das ist gar nicht so leicht probieren es nochmal ich versuche mal ich versuche das mit auflegen und ganz schnell drücken drei zwei eins los okay wie ich es gemacht habe ich habe mit dem finger über den knopf immer links und rechts geredet ganz schnell geht schneller als drauf zu drücken muss er den bei falls es jemand interessiert so tischdecken ziehen das holen wir uns noch so ein scheiß ich werde schon angst davor 25 punkte 25 punkte leute das wird glaube ich nichts aber ich hole jetzt wir können gleich anfangen wieder weil das macht keinen sinn wenn man immer muss ich glaube ich fast alle punkte holen sonst bringt das nichts da und dann kann ich neu machen ok das machen wir jetzt so lange bis es klappt weil ich kann ja nicht aus dem gebiet daraus gehen ohne ein spiel nicht geschafft haben gleich noch mal ein langes spiel glaube ich ich fange immer wieder vorne an weil das ist so blöde dieses spiel aber wenn man das nicht ordentlich hinkriegt dann brauchen wir es gar nicht weiter probieren ok das gibt es doch gar nicht ich bin doch wirklich echt voll im rhythmus eigentlich ich bin doch Ja, guck mal, nicht geschafft. Und das liegt einfach nur daran, weil man wirklich alle Punkte holen muss. Das ist doch zum Kotzen. Okay, ich muss mitsingen, leider, sonst kriege ich es nicht hin. Das ist doch nicht wahr. Ich finde immer, man ist so im Rhythmus und irgendwie klappt das trotzdem nicht. Also das Spiel ist wirklich Horror. Also das ist so ein bisschen absichtlich gemacht, glaube ich, dass es nicht geht. Okay, das geben wir auf und müssen ins nächste Gebiet gehen, weil ich könnte es jetzt stundenlang weitermachen. Ich werde es jetzt in jedem Let's Play-Runde, die wir noch hier machen müssen, werde ich es ein-, zweimal probieren. Aber definitiv jetzt nicht hier nochmal probieren. Da habe ich keine Lust zu. Das ist mir zu blöd. So, gehen wir... Nee, vorzusehen. Gehen wir erstmal raus aus dem Land hier und gehen in den nächsten rein. Ja, zurück zur Karte. Ich weiß nicht, dass ich das nicht ganz geschafft habe. Mir fehlt ein Scheiß-Spiel. Echt, ne? Das haben wir alle geschafft. Ein Scheiß-Spiel fehlt mir. Na gut. Wir gehen hier rein, gucken, wie weit wir kommen. Und werden das letzte hier nicht machen, bevor wir das andere nicht geschafft haben. Box-Bold-Bad-Jong. Fünf Sekunden lang nicht vom Box-Bold erwischt werden. Okay. Das sollte möglich sein. Ich bin oben, okay. Ich gehe oben links. Das ist auch immer Glück zu wissen, wo man längst muss. Na, ich gehe oben links. Ich gehe nochmal oben links. Jetzt gehe ich unten links. Ich gehe oben links. Alter, habe ich Glück. Jetzt habe ich mal die richtige Reihe. Ich gehe nochmal oben links. Hier habe ich auch Glück gehabt gerade. Ich gehe unten links. Ich gehe oben links. Ich gehe unten links. Wow. Geschafft. Sehr gut. Ich habe aber Glück gehabt, ne? Die richtigen Wege zu finden. So. Nächstes Game. Okay. Ah, Fun-Gurden-Ding. Das ist, das finde ich ganz schön schwer. 15 soll ich haben. Habe ich nicht geschafft. Scheiße. Oh. Da musst du ja alle Sterne erwischen wahrscheinlich, ne? Um 15 zu bekommen. Behaupte ich mal. Okay, versuchen wir mal. Versuchen wir mal, das alle Sterne zu bekommen. Ist auch nicht so leicht. Start. Nee. Das ist doch unmöglich. Da muss man ja wirklich alle Sterne in den Dinger bekommen, oder? Hört mich ja verkehrt. Kommt mir so fast zuvor, irgendwie. Versuchen wir mal. Start. Mann. Okay. Das war nichts. Nochmal. Da war ich schon sehr schnell, fand ich. Ja, das bringt nichts. Die sind zu schnell, die sind zu schnell bei den Stern-Dingern. Die sind einfach zu schnell dabei. Ich kriege auch keinen zu packen da hingessen. Das war ein Scheiß. So, nochmal. Ich kriege auch keinen zu packen, weil die so schnell greifen, oder die anderen. Dann. Ah, das war dumm. Na ja, warum kann ich probieren. Nochmal. Einer fehlte. Okay, nochmal. Okay, es ist schaffbar, aber das ist wirklich so eine knappe Kiste die ganze Zeit. Bei allen Spielen. Ich bin wirklich ganz schön auf extrem gebürstet hier. Okay, kann man es schaffen. Ich will euch auch nicht antun, dass wir jetzt noch in der Intro sehen müssen. Das haben wir noch nicht geschafft. Nochmal. Nochmal. Das war Fehlstart, Fehlstart, nochmal. Das ist doch nicht normal. Also, ich war doch vor dem beim Stern da. Oh. Macht mich total sauer. Also, hier kommt echt Aggression zum Tragen. Glaub mir gar nicht. Die hätten wir kriegen müssen in den Sternen. Scheiße. Oh, die sind alle bei mir jetzt oben. Nein. Naja, die waren alle bei mir oben und ich habe denen nicht gegriffen. Aber so bin ich nicht mit der Hand richtig drüber. Nee. Man greift dann auch zu den Falschen. Das ist echt doof. Start. Guck mal, hier. Oh nein, da fehlt einer. Ach, hätte ich noch eine drüber geschockt vorher. Okay, noch einmal. Ihr denkt sich auch, warum schneidet der Schanzen das nicht einfach so, dass wir nicht alles sehen müssen? Nee, ihr könnt genau sehen, wie frustrierend das Spiel ist. Das ist mir der Leben. Das war auch dumm jetzt gerade. Das war wieder total dumm. Das war wieder so. Ich nehme immer die Falschen, jedes Mal. Das ist echt Taktik gefragt. Hm. Das ist doch nicht normal. Wie kann mir das denn so schnell? Das nervt mich. Mich wird wahnsinnig, Leute. Ich wird wahnsinnig. Hm. Start. Ja. Ja. Ja, ist so dumm. Man nimmt dann auch immer den obersten weg, weil man ja auch irgendwas schnell schaffen will. Und dann ist der andere doch schneller da. Nein, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Start. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Start. Dann machst du den frei und dann hat er den schon weggelegt, ne? Start. Ich muss da wirklich besser, die Sterne habe ich schon. Ohne die Sterne zu erreichen, klappt hier nichts. Da ist schon wieder. Ich habe gemacht den frei, statt zu warten, dass der den Typ den frei macht. Start. Start. Schon wieder nimmt man den oberen und dann ist, naja. So. Das kann ich sagen. Habt ihr gesehen, wie schnell der gerade war? Den zu nehmen nochmal. Der hat den gerade nicht mal hingelegt, richtig. Start. Oh, komm, den brauche ich hier weg. Ne, guck mal, dann geht nämlich keiner dahin, weil die genau wissen, dass ich den brauche. Es ist so scheiße. Start. Oh, den hatte ich doch, den hatte ich doch, den hatte ich doch. Das ist doch bescheuert. Alter Schwede. Nervt mich das. So, jetzt aber. Komm, ein noch. Oh, geschafft. So. Pfff. Alter Schwede. Das nervt schon. Aber ganz geschafft. Das freut mich schon wieder. Pfff. Pfff. Was ist das für das Spiel? Okay. Bin gespannt. Na, ich glaube, ich habe am Anfang zu wenig verbraucht. Das war jetzt nicht so schwer. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Das hier konnte ich irgendwie, weiß ich nicht, aber das andere kriegt gar nicht hin. Keine Ahnung warum. So. Diesen Tischdecken ziehen. Das haut mich immer wieder raus. So. Letztes Spiel. Für heute, glaube ich. Oh, nee, das Bomben weitergeben. Das ist doch auch wieder so ein Kackspiel. Echtzeit. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Bomben-Spiel. Wirklich. So beschissen. Guck mal. Aber sie schafft es, das Ding auch noch weiterzugeben. In der letzten Sekunde. Das ist doch Quatsch. Also wirklich in dieser. Das probiere ich nur zweimal. Und dann hüpfe ich da weiter. Das werden dann so Spiele sein, die wir schaffen müssen. Irgendwann. Ich werde wahnsinnig. So. Ei, ei, ei. Das ist doch bescheuert. Das ist doch auch ein Ding, doch eine Möglichkeit. So. Wir spielen es noch einmal. Und dann hüpfen wir weiter zum nächsten Spiel. Wir haben ja auch kein Team hier, ne? Ich bin alleine. Oh, das wird auch gut geworfen. Das wird jetzt ehrlich. Zwei Bomben. Oh. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Leute, ich hab's geschafft. Ihr wisst gar nicht, wie ich beim ersten Mal bei der normalen Runde schon ewig gebrauchte für dieses Spiel. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. So. Aber das war's für heute. Beim nächsten Mal versuchen wir Tischdecken abziehen nochmal. Aber jetzt war's das erstmal. Ciao. Ciao.